Sie war doch Krieg und ich war ein junger Kerl und muss dann Sonntags und Samstagssonntags da sitzen, ein Fahrkartenschalter am Bahnhof im Beek und muss dann Fahrkarten ausgeben. Das kann ein 80-Jähriger auch? Ja, da kommen aber die Frauen alle. Die Männer waren alle im Krieg. Das ist ein junger Kerl, und? Dann wird man angemeckert. Die jungen Kerle sitzen hier, unsere Männer sind Soldat. War ja noch ein junger Pimpf. Und das geht einem auch. Einmal an die Hutschnur und dann sagt man, bloß weg hier. Ist egal was, nur weg. So. Da hat man mir gesagt, ich sollte in die SS eintreten. Und da bin ich auch. Wir hatten in der Bahnmeisterei Leute, die so 150 Prozent Nazi waren. Und da hab ich mir da auch gemeldet. Adolf Storms wurde 1919 geboren. 1939 ging er freiwillig zum Reichsarbeitsdienst und wechselte zu Kriegsausbruch zur Deutschen Reichsbahn. Im März 1942 meldet er sich freiwillig zur Waffen-SS und kommt zur SS-Division Wiking. Man war stolz auf die Kameradschaft und so weiter, die man da hatte, gegenüber der Wehrmacht. Es waren andere Gesetze. Das erste Gesetz war Heiligkeit des Eigentums. Man durfte nichts abschließen. Man grüßte da ganz leger, aber schon 1943. Da sagte unser Kommandeur damals seinen Jungs, genieß den Krieg. Der Friede wird grausam. Die Russen hatten viele Elitereinheiten. Hatten noch viele Frauenbataillone. Die waren am gefährlichsten. Inwiefern? Die waren die, weil die am härtesten und grausamsten waren. Die haben, wenn sie gefangenen hatten, den haben sie noch gequält. Ich hab's erlebt, dass sie den im Winter, dass sie den an einem Brunnen am Pfahl den Nacken festgebunden hatten und mit Wasser begossen. Und dann immer wieder mit dem Messer attackiert hatten. Befehl war, die selbst zu erschießen. Wir durften in die nordische Gefangenschaft. Und was hat die Waffen mit russischen Gefangenen gemacht? Das gleiche. Erschossen? Die Russen machten keine Gefangenen von uns und wir keine Gefangenen von Russen. Jetzt. Tscherkassi waren sie schon dabei, gell? Haben sie ja erzählt. Tscherkassi war ich drin, ja. 75.000 sind da im Kessel drinnen gewesen. Ja. Wenn sie jetzt raus wollen, auf dem Kessel. Ja. Dann haben sie da hinten die Panther stehen und die Adler. Ja. Ja. Und hier vorne ist eine Infanterie. Ja. So. Wenn sie jetzt hier anfangen schon mit der Infanterie zu schießen, dann ist da hinten die Adlerinnen, die Panzer sind die ja wach. Dann können sie ja nicht durchkommen, dann sind sie ja weg. Aber da hat er entladen, hat er da die Dardo durchkämpfen, bis sie da hinten hinkommen und... durch die gegnerischen Reihen durch, ohne einen Schuss abzugeben. Ja. Ja. Und das müssen dann morgens in der Früh so liegen, vier, fünf Uhr, dann ist die beste Zeit. Da sind sehr viele gefallen, viele Kameraden. Und dann war es auch schwierig, weil wir so weit durch waren und dann muss man durch den... Ich glaube, Lisianka hieß der Fluss. Der war nicht sehr breit, aber der hatte Eis und Steilufer. Und auf der anderen Seite ging es hoch, in der Höhe hoch, dahinter und hinter der Höhe. Da war man dann in Sicherheit, aber da mussten sie erstmal durch. Viele haben dann auch versucht, da Bäume umzufällen und umzulegen und da drüber. Andere haben versucht, reinzuspringen und durchzukommen. Auf der anderen Seite war das Steilufer. Da kamen sie nicht hoch, viele haben sie ausgezogen. Das heißt auch gar nicht, um so da durchzukommen. Haben gemeint, wenn sie sie ausziehen, könnten sie besser schwimmen. Das stimmt allerdings nicht. Wie sind Sie dann... Wie haben Sie es geschafft? Da bin ich noch durchgeschwommen an der anderen Stelle. Ich bin noch durchgekommen. Ich bin noch durchgeschwommen. Auf der anderen Seite ist er auch gekommen. Wie ist denn der SS-Mann Storms im März 1945 eigentlich nach Deutschland gekommen und warum? Der Adolf Storms war Angehöriger der Waffen-SS-Division Viking. Und die Viking hat im Osten gekämpft und die sind Anfang 1945 am Rückzug Richtung Ungarn immer weiter nach Westen gezogen. Und der Adolf Storms ist dann am Plattensee überrollt worden von der Roten Armee und ist allein übrig geblieben und hat sich dann tagelang durch die russischen Linien durch Richtung Westen durchgeschlichen. Und der erste Ort, an dem er angekommen ist, hier an der ungarisch-österreichischen Grenze, war Deutschschützen. Dieser Ort war Deutschschützen. Können Sie sich jetzt erinnern? Wie? Deutschschützen. Ja. 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 Ja, ja, ja. Eine Grenze direkt. Direkt an der ungarischen Grenze. Direkt an der ungarischen Grenze, ja. Das Dorf. Ja. Wann und warum sind Sie nach Deutschschützen gekommen? Ich bin im September 1944 Dienst verpflichtet worden zum Stellungsbau. Ich war HJ-Gefolgschaftsführer und von September bin ich dann Dienst verpflichtet worden hier nach Deutschschützen, um mit HJ-Angehörigen aus dem Bezirk Oberwart zu arbeiten hier. Und das war im Rahmen des Südostwaldbaus? Ja. Und haben wir eben mit, aber turnusweise mit Burschen, also mit HJ-Angehörigen aus Oberwart der Bezirk gearbeitet. Dieser Südostwald, der hätte ja so von Bratislava bis Italien reichen sollen. Was war das eigentlich? Das war im Prinzip nicht so ein Schützengraben, die im Zickzack dann so angelegt sind und eingebauter MG-Stellungen, Maschinengewehr-Stellungen und etwas weiter, ein paar Meter hinter, Granatwerfer-Stellungen sonst eigentlich. Und Bunker, Schutzbunker, ja, also ziemlich tief unter der Erde, mit ungefähr zwei, dreieinhalb bis zwei Meter Erde darüber. Jeder hat damals irgendwo angehört und ich war auf der Lehrerbildungsanstalt und da sind wir besonders natürlich narzisstisch ausgebildet worden. Wir haben einen eigenen Stammführer gehabt aus Graz und, naja, sagen wir halt so, ich war auch einer von den Begeisterten und hab auch da mitgetan. Natürlich, sagen wir so, freiwillig. Man hat mich gefragt und ich hab gesagt ja. Haben Sie das als Ehre empfunden? Ja, ehre, 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 ehre. Es war halt damals so und ich, ja, man glaubt, das war auch mit der Mehrheit oder mit allem, wie es damals war. Ab dem Herbst 1944 ließen die Nationalsozialisten entlang der österreichisch-ungarischen Grenze Befestigungsanlagen errichten, die unter der Bezeichnung Südostwall bekannt geworden sind. Zu diesen Arbeiten wurden auch etwa 50.000 ungarische Juden und Jüdinnen eingesetzt, die aus ihrer Heimat verschleppt und in einer Vielzahl von Lagern untergebracht und ausgebeutet wurden. Auch im Bauabschnitt Deutschschützen schanzten ungarische Juden als Zwangsarbeiter. Zuletzt befanden sich in dieser Ortschaft etwa 500 Mann, die von einigen SA-Leuten bewacht wurden. Und wir haben eine Nacht über Nacht in Sombathäe und von dort hat man uns zu Fuß nach Deutschschützen geführt. Ja, bei uns haben wir in der Prämie einen Major SA-Invalid mit einem singen Schuss und eine Gruppe von Hitler-Jugend, von 10 oder 15, 15 Jahren. Die Kopie von 14, 16 Jahren. In einer sogenannten Holz-Baracken, Nein, Schäune. Ja, Schäune. Haben wir dort Platz genommen, es war von Holz alles erledigt. Einer neben anderen haben wir geschlafen, nicht mit Bette oder so etwas. Und in der Mitte war eine Heizungsmöglichkeit und das war unerwartet, weil wir haben, es war sehr ein schweres Winter. Und noch am Ende Januar war auch noch sehr, sehr kalt. Und dann haben wir gewundert, dass wir haben bekommen, also ein Frühstück, sogenanntes Brot, haben wir Marmelade bekommen. aber wir haben das überhaupt nicht erwartet. Und wir haben das überhaupt nicht erwartet. Wir nehmen uns einfach ein Schuss für die Beine. Warum? Weil in der Beine, in der Beine, da war ein Schuss für die Hitler-Jugend, und dort waren wir und kommen, bis zum Abend, am Abend, und nachdem die Arbeit, und nachdem die Arbeit, bekommen wir das Schuss, und das Schuss, das Schuss, das Schuss, das Schuss, das Schuss! Das Schuss! Und wir haben gesagt, dass wir hier sind und wir kommen. dass wir hier stehen, dort sind und essen, dass wir hier sind! Und wir sind, dass wir hier stehen. sie behebten, sie gehen, und sie kommen. Sie kommen, sie gehen, aus den Schuss, denn sie kommen, wir können hier, in der Beine, sie kommen, Das war's für heute. Ich bin ein Segel, ich bin ein Segel, ich bin ein Segel, ich bin ein Segel. Ich bin ein Segel, ich bin ein Segel, ich bin ein Segel. Wo sind die 500 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter untergebracht gewesen? Hier, das war ein ehemaliger Meierhof, da links unten hat es ein großes Gebäude gegeben, das war Stallung und so. Dort waren sie untergebracht und hier in diesen kleinen Stadel, also in diesen zwei Stellen waren sie untergebracht. Haben Sie mit den jüdischen Zwangsarbeitern gemeinsam geschanzt? Nein, wir haben überhaupt keinen Kontakt zu ihnen gehabt und wir haben sie eigentlich, wir haben sie nur von der Ferne rausgehend zum Schanzplätzen und wieder hereinkommen sehen. Wir haben überhaupt nichts mit ihnen zu tun gehabt. Erst die letzten drei Tage, als die Bewachungsmannschaft, das waren SA-Leute aus der Steiermark, die sind einfach verschwunden und von dort weg hätten wir sie bewachen sollen. Also es ist auch nicht gut möglich, fünf Leute, 500 Juden bewachen. Also Tag danach, das geht ja gar nicht. Und waren das alles Männer? Alles Männer, durchwegsmänner, keine Frau. Hier hat uns nicht nur noch ins Wir haben Bunker gebaut. Und da haben sie uns große Hutzstämme angeliefert. Und die Burschen, die waren ja noch 15, 16 Jahre, und da habe ich mal gesagt, die Burenmengen, die blachen nicht daheim richtig. Und da haben wir dann, 40 oder 50 sind dann mit mir ausgegangen, rechts bei den Weingärten, weil die Bunkerstellungen sind gebaut geworden. Und die haben uns geholfen. Die haben mit uns den ganzen Tag gearbeitet, so wie wir mit zehn. Wir haben auch nie Hunger gehabt. Es ist besser, was ich dazu sage. Wir waren jung, waren verhältnismäßig guterzogen. Für uns waren diese Männer, wenn sie auch Juden waren, Männer mit gesetzten Alter, die haben Respekt. Für uns, wir haben Respekt gehabt. Wir haben auch nie eine Waffe getragen, damit das nicht schaut, wir haben wen bewacht. Wir haben eine Waffe getragen. Wir haben eine Waffe getragen. Das war er, dass wir uns zwei oder drei davon erzählten, und sie erzählten, was die Begründung war. Wir besuchen, nach dem Begründung, drei Begründungen, die sie vor dem Begründungs-Germann haben. Die Begründung waren, was man zu tun, was man zu tun, um sie zu tun, denn sie arbeiten in Ordnung. Die Begründung war eine Begründung mit dem Begründung. Also er hat er gesagt, dass er, dass er, auf dem Mottov-Jeder ist, er ist ein guter Ort, mit einem guten Ort, mit einem guten Ort, vielleicht nicht in den Betten, aber wir arbeiten in der Produktivität, und mit einem guten Ort und einem guten Ort. Es gibt nichts mehr zu tun. Was ihr möchtet noch? Ich möchte noch mehr Auchen und mehr Zeit. Das ist ein Bullshit. Das ist ein Objekt, das November... Ich spreche auf 1945, im März. Wir haben uns entspannt. Wir sind entspannt. Nein, wir haben keine Ahnung, weil wir keine Ahnung haben. Wir sind nicht aus Auschwitz. Wir haben nicht aus Heftling, nicht aus dem Anwalt, oder 6 Millionen. Wann haben Sie denn SA-Unterschafförer Adolf Storms kennengelernt? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, am 28. März 1945, hier vor dem Pfarrhaus mit zwei anderen SS-Leuten und mit dem Weber zusammen. Da haben Sie aber mit ihm noch nichts gesprochen? Nichts, kein Wort gesprochen, nichts gesprochen. Abends hingekommen, war am Regnen und dann da Lichter gesehen und dann sage ich, oh, da sage ich, oh, sie habe ich gesagt. Ich habe mal reingeschaut, da sind ja auch Leute von der SS drin, da muss man wohl runterkommen. Und dann bin ich dann ja auch runtergekommen, habe ich dann da auch zu essen gekriegt. Es waren Zivilisten da und es waren ein paar Höhergradige von der SS da. Das ist aber alles, was ich zusammenkriege. Ich weiß nicht, ist ja schon was. Man fühlt sich wie der Geborgener, es sind wieder Menschen um einen, mit denen man sprechen kann. Der Storms, dann haben wir den kennengelernt, der war der Richter, dann ist das Mund weg, gut gegangen, ja. Und hat aufgeschnitten dabei natürlich, was er schon alles mitgemacht hat. Was haben die auch für einen Eindruck auf Sie gemacht? Naja, was? Ein Topfer, so wie alt. Ich habe gegessen, ich war warm und wir haben auch wohl getrunken. Wer ist wir? Bitte? Wer ist wir? Ja, die anderen, die da noch da waren. Wer war das? Ich kann mich nicht erinnern daran, aber es waren ja noch mehrere da. Haben Sie irgendein Bild vor Augen? Von dieser tollen Nacht? Nein. Da kriege ich kein Bild mehr zusammen. Aber... Was war denn das für eine Stimmung Ende März 1945 hier in Deutschschütz? Das war reine Panikstimmung hier. Man hat teilweise schon Kampflärm gehört, die Leute sind wie aufgescheuchte Ameisen da, wie aufgescheuchte Ameisen da auf der Straße herumgelaufen und einer, glaube ich, hat den anderen gar nicht gesehen. Also uns hat überhaupt niemand bemerkt und niemand gesehen. Also das war panisch mit einem Wort die Stimmung. Wer war hier in Deutschschütz nie ein Vorgesetzter? Der Weber. Der Alfred Weber, Bahnführer der Hitlerjugend. Also das Bahn ist, also das Kreis ist aber heute. Alfred Weber wurde 1922 geboren. Seit 1932 war er Mitglied der Hitlerjugend und trat schon vor Kriegsbeginn der SS-Division der Führer bei. 1941 wurde er an der Ostfront schwer verwundet. Seit 1943 war er HJ-Bannführer im Kreis Oberwart. Als Adolf Storms am Abend des 28. März 1945 Deutschschützen erreicht, sitzen Alfred Weber und zwei SS-Angehörige im Pfarrhof. Und was glauben Sie, hat hier vorgesetzter HJ-Bannführer Weber mit diesen drei SS-Männern an diesem Abend besprochen? Ja, nachdem die hat sie zum Essen eingeladen und dann ist er ziemlich, es hat lange gedauert und da ist ziemlich viel Wein vermutlich geflossen. Und da haben sie über die Judensiche gesprochen und zwar, was der Weber, wo er mit ihnen anfangen soll, was er machen soll. Was ist dann am Morgen des 29. März hier vor der Pfarrkirche in Deutschschützen passiert? Da ist der Weber mit den drei SS-Leuten aus seinem Büro, wie sie wieder vom Pfarrhaus herausgekommen. Wir waren auch schon da. Die fünf Mann, nämlich der Ehrlich, der Hagenauer, der Feigl und ich, wir waren da hier und da ist die Befehler. Das waren alles HJ-Führer. Waren alles HJ-Führer, die da beim Stellungsbaudienst verpflichtet waren. Und da hat er uns, also nach der Begrüßung nach dem Heil Hitler, der erste, das weiß ich noch ganz genau, war, die Juden werden erschossen. Und dann hat er die Einteilung getroffen. Hagenauer und Feigl, ihr stellt Gruppen von 20 Leute zusammen, keins und ehrlich, ihr bringt sie zur alten Kirche. Das heißt, es war beabsichtigt vom Bahnführer Weber, alle 500 Juden zu erschaffen? Das war mit Sicherheit beabsichtigt, ja. Und daraufhin haben wir uns zum Quartier der Juden begeben und mit der ersten Gruppe bis zur alten Kirche gegangen. Und dort wurde sie von den SS-Leuten übernommen und die sind dann weitergegangen. Und die drei SS-Männer waren bei der Befehler-Ausgabe nicht dabei? Die waren dabei. Die waren auch dabei. Dabei waren die drei SS-Leuten und wir fünf. Die waren auch bei der Befehler-Ausgabe, die waren unter den Schuss, der war. Wir haben uns in der Stadt geöffnet, und wir haben die erste Koloan entfernt. Wir glaubten, dass es 50 von uns ist. Die resten werden in den Silosen. 1945, Judenmassaker und Kämpfe. Gründonnerstag, 80 Juden wurden erschossen. Karfreitag, drei Viertel der Bevölkerung ergreift die Flucht. Es ist jedenfalls eine erste Gruppe von ca. 40 Juden, sind von Hitlerjungen einmal da zur alten Kirche in Tretzschützen gebracht worden. Und dann sind sie von einer anderen Gruppe zu einem Waldstück gebracht worden, so ein paar hundert Meter vom Ort entfernt. Und dort sind sie von den SS-Männern erschossen worden. Die Kirche? Hat er doch überhaupt eine Kirche gehabt? Nein, das war eine Ruine damals. Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Also da kann ich noch nichts mehr sagen. Und ist der Adolf Storms hier bei der alten Kirche auch dabei gewesen? Ja, er war dabei, als erstes Mal ganz sicher, und ich glaube, aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher auch beim Abholen von der nächsten Gruppe. Und dann, nach dieser ersten Gruppe, haben sie eine zweite Gruppe von Juden wieder. ca. 40, wieder zur alten Kirche geführt, das Ganze hat sich wiederholt, sind zu dem Waldstück gegangen, dann ist diese zweite Gruppe von Juden, wiederum ungefähr 40, diesen Waldstück erschossen worden. Und sie waren nicht dabei? Nein. Und sie waren nicht dabei? Das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Da war ich nicht dabei. Ich war ja bloß da zur Übernachtung, sagen wir mal, ne? Und bin dann morgens, zum Glück, mit dem Dreck weitergekommen. Es gibt Zeugenaussagen, dass sie auch dabei gewesen sind. Das könnte schlecht sein. Das kann ich sagen. Ich sage nur, dass es die gibt. Es hat nämlich einen Prozess gegeben gegen diese Hitlerjugendführer, die also die Juden zur alten Kirche gebracht haben, 1946. Und einige von diesen Hitlerjugendführern sind dann auch verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord. Das kann ich wieder nicht verstehen, wieso. Sie sind angeklagt gewesen mit Beihilfe zum Mord, weil sie wussten, dass die Juden erschossen werden. Das hat man ihnen gesagt, davor. Und sie haben die Juden dort hingebracht und das ist Beihilfe zum Mord. Also, dass da auch Hitlerjugend da waren, kann ich mir gar nicht entziehen. Und wie haben Sie sich hier gefühlt bei der alten Kirche, wie Sie die Juden übergeben haben an die SS-Männer? Wir sind mit denen hergekommen, die sind hergekommen, wir haben uns umgedreht, sind zurückgegangen und die sind wieder mit denen weitermarschiert. Und was war das für ein Gefühl? Wussten Sie, was passiert? Natürlich, wir haben von Haus aus gewusst, was passiert. Wir sind froh, dass wir nicht weitergehen müssen. Wir haben dadurch, dass wir die Meinung, wir haben natürlich, wir hätten damit nichts zu tun. Sie versuchen noch immer ihr erinnerungsvermögen, sag ich mal, auf die Springe zu helfen. Ganz egal, was damals passiert ist. Ich glaube, was Sie für sich wissen, ist, dass Ihnen etwas fehlt in der Erinnerung. Da fehlt so viel. 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 Also insbesondere, was diese Tage in Deutsch-Schützen angeht. Ich habe so einiges rausgebracht, aber von Deutsch-Schützen, da habe ich nichts rausgefunden. Aber Sie können sich ja vorher an was erinnern, Sie haben ja schon einiges erzählt. Sie können sich erinnern, auch in Deutsch-Schützen, in der Früh, dass es da drunter und drüber gegangen ist. Man hat Angst gehabt, die Russen kommen innerhalb kürzester Zeit. Der Gefechtslärm war zu hören. Ja. Alles muss Angst, alle haben Angst gehabt, es muss drunter und drüber gegangen sein. Ja. Also da gibt es nur eins, wir laufen. Eben. Und ihr steht da oben in der Lichtung und ihr schießt Juden, statt zu laufen. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So was. Ich habe diesen Prozessakt mitgenommen gegen sechs, sieben Hitler-Jungen, die 1946 in Wien vor Gericht gestanden sind und wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden sind. Und da würde ich Ihnen gerne einige Auszüge aus der Urteilsbegründung vorlesen, weil das sehr gut zusammenfasst das Geschehen damals. Ja. Ist Ihnen das recht? Ja. Der HJ-Bahnführer Alfred Weber, ein ca. 25-jähriger, derzeit flüchtiger Mann, erteilte den offenbar von höherer Stelle ausgegangenen Befehl, diesen Abtransport gar nicht erst durchzuführen, sondern die Unglücklichen seiner Aufsicht unterstellten Zwangsarbeiter an Ort und Stelle umzubringen. Zur Ausführung dieses Planes schritt er am 29. März 1945 an einem Gründonnerstag, wobei er sich dreier Angehöriger der SS-Division Wiking, einer derselben hieß Storms, bediente, die bereits am Vortag von der Front gekommen war. Versuch das mal zur Fahrerweite, was Sie mir gerade erzählt haben. Ist ein bissl viel. Was Sie mir geradeÑ! Ich sagte nicht, ich ver Haben Sie das alles verstanden? Es ist ja sehr dicht, die Erzählung. Haben Sie es verstanden, diese Urteilsbegründung? Ja, verstanden schon. Verstanden habe ich es schon. Ich habe mir keine Ahnung, kein Bild dazu. Aber Sie haben mir das letzte Mal schon gesagt, dass es prinzipiell für Denkbarheiten, dass so etwas passiert ist. Ja, muss ja wohl sein. Das ständige ist ja nicht da. Die geplante Erschießung der 500 Juden war nicht, wie das Gericht 1946 annahm, von höherer Stelle befohlen. Vielmehr existierte ein detaillierter Plan, wohin die jüdischen Zwangsarbeiter vor dem Eintreffen der Roten Armee evakuiert werden sollten. HJ-Bahnführer Weber, Storms und die beiden anderen SS-Männer entschlossen sich also gegen höheren Befehl, die 500 Juden zu erschießen. Ich habe Sie das letzte Mal am Telefon gefragt, ich habe es mir rausgeschrieben, ich habe Sie gefragt, ob es für Sie denkmöglich ist, dass Sie so ein Verbrechen begangen haben. Und Sie sagen mir drauf, vorstellen kann man sich das nicht. Das spürt man. Das habe ich nicht verstanden. Was spürt man? Dass irgendetwas war. Irgendetwas. Irgendetwas war, was nicht sein sollte oder nicht hingehört. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Das hat sich nicht geändert jetzt. Bitte? Das hat sich nicht verändert jetzt. Ich weiß nicht, was Sie mir aufgrund Ihres Berichtes da mitgeteilt haben und so weiter, aber es will kein Bild draus werden. Das würde mir einfach nicht in den Schäl rein. Da ist die Lücke und der Lücke ist allerhand möglich gewesen. Das ist das ja gerade. Und ich möchte die Erinnerung haben. Und die finde ich nicht. Ich möchte Gewissheit haben für mich. Und ich kann nichts von mir finden. Strengt es Sie zu sehr an, Herr Sturm? Sie müssen sagen, wie Sie sich fühlen. Wir machen mal eine Pause. Aber an Russland erinnern Sie sich offensichtlich besser als an das, was in Deutsch-Schützen passiert ist. Obwohl das ganz schlimme Dinge waren, die Sie da erinnert haben in Russen. Nahkampf, Frauenbataillone, Kessel. Das war ja richtig griech. Ja. Da waren keine Wehrlosen. Ja. Das ist der Unterschied, genau. Und wie ist diese Erschießungsaktion dann abgebrochen worden? Irgendjemand, wer weiß ich nicht, hat da aus der Ortschaft herausgerufen, möglicherweise der Feigl, ich weiß nicht, wer das war, abbrechen. Also das Wort abbrechen. Und ziemlich, also wirklich gerufen laut. Und wir haben das weitergerufen. Die zwei SS-Leute sind schon hereingekommen. Die haben wieder das zu den restlichen beiden Leuten, die draußen waren, gerufen. Dann sind wir alle mit zusammen wieder noch in die Ortschaft zurückgegangen. Und wir arbeiten mit der Erschung, Und dann sagt er, wenn man die Flügel schon seit drei Jahren befindet, dann kommt ein Aufnoha mit zwei Hittler-Jugend, mit der Tatmik-Lehm. Wir gehen auf die Flügel, und gehen auf die Flügel, und gehen auf die Flügel. Der Flügel sagt er, Kolleginnen und Herren, sie antworten, ihr seid ihr euch um die Arschede zu sein. Und ihr seid ihr euch zuoquieren, ihr seid ihr in die Hanfeckert. Und dann sagt er, der Zeug erhiert, ob ihr euch fünf oder sechsTopos seid, w Birds und die Leute seid da. Es ist eine Sprechung, der Klarheit und ich einbis. Wir haben uns überrasst, und sagen, Sie sagen, das oder so, wir müssen das fünf, sechs Kilometer vorbeben. und wir haben die Schwerer-Schwerer in der Flucht. Wir haben sofort zu gehen. Wir haben nicht die Schwerer-Schwerer, sondern wir haben die Schwerer-Schwerer, die wir haben. Wir haben die Schwerer-Schwerer, Und seitdem wir schon gesehen haben, dass wir schon ein paar Millionen Meter gesehen haben, etwas höherer Höhe von der Schwerer, Wir haben gesehen, dass die Leute bereits mit allen allen Pflegern kamen und die drei, die der Kaffner der Kaffner, die die Kaffner, der Kaffner, der Kaffner, der Hitler-Jugend 1 oder 2. Das ist nicht so, dass ich nicht so, mit Tattmikraim. Das ist eine Art von der Kaffner. Warum glauben Sie, ist diese Schießungsaktion abgebrochen worden? Ich weiß es nicht. Entweder der Weber hat wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen oder er hat vielleicht Kriegtelefonische Verbindung eventuell mit der Kreisleitung und dass der Kreisleiter ihm strikt befohlen hat, abzubrechen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Glauben Sie, ist es auch eine Möglichkeit, dass Sie draufgekommen sind, dass man für diese Schießungsaktion von 500 Juden viel zu viel Zeit gebraucht hätte? Ich glaube, dass das... Da wird er nicht draufgekommen sein. Da hätten schon früher draufgekommen. Ich glaube das nicht, aber Sie haben schon recht, das hätte gedauert mindestens 16, 17 Stunden oder länger, wenn alles glatt gegangen wäre. Was ist mit den jüdischen Zwangsarbeitern passiert, die nicht hier am Laufgraben erschossen worden sind? Die haben sich dann vor der Kirche in Deutschschützen versammelt und da wurde ein Traktor von Weber beschlagnahmt mit Anhänger. Der wurde mit Lebensmitteln, also Lebensmittel war nur Brot und Butter beladen und dann sind wir weggezogen Richtung Hartberg. Wie viele Juden waren das noch? Gezählt hat sich keiner, ich weiß nicht wie viel, aber meiner Ansicht nach 60 Rundsern erschossen worden und 300, 400 Schätze wären es gewesen sein ungefähr. Jetzt waren die ganzen Dings von Haupttuteln versammelt und wie man es, wie es auf der Kassen sagt, fertig zur Laufmarsch, hat der Weber gesagt, hallo die Burschen, weil die Burschen müssen draußen die Juden verschaben. Nehmt sich jetzt eine Schaufel mit. Wie wir auf der Höhe oben waren, hat der Weber gesagt, rein sie runter und schüttet sie, bedeckt sie ein bisschen mit der Erde. Und da wäre sie einmal runtergegangen und haben die mit Erden vielleicht 10 Zentimeter oder was zugedeckt oder 20. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe in meinem Leben noch keinen Tatenfeuer gesehen gehabt. Wie haben die ausgeschaut? Waren die blutig? Ja, aber die meisten, die haben wir halt auch gesehen, haben wir dahinter Blut gesehen. Die müssen alle einen Gerichtschuss haben gekriegt. Und hat da noch jemand gelebt? Es hat, ist einer, beim Zuschütten plötzlich her, beim Schrein, dreh mich um, da hat sich einer aufgerichtet. Und auf den hat dann der, binnen Sekunden hat der Alt rein auf den geschossen. Und haben Sie gewusst, dass einer der Juden zumindest überlebt hat? Nein, das habe ich nicht gewusst. Und es gibt auch noch Zeugenaussagen aus Ihrem Prozess 1946 von drei Zollbeamten, die also diesen Dr. Künstler hier gefunden haben. Und die haben ausgesagt, der von mir und meinen zwei Kameraden damals im Holzschlag gefundenen Mann gab an, dass er im Rücken und im Genick einen Streifschuss erhalten habe und seine Kameraden erschossen und eingegraben worden seien. Das von den Erschießungen her rührende Blut war, wie wir den Mann fanden, schon ganz vertrocknet. Soviel ich mich erinnere, sagte der Angeschossene, dass er von Kindern angeschossen worden sei. Was er damit meinte, weiß ich nicht. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie die SS, als er den nicht getroffen hat und der durch die kühle Erde vielleicht oder irgendwie überhaupt durch die Erde wach worden ist, ist er aufgestanden und hat eigentlich nur uns gesehen. So ein 16-, 17-jähriger Pruschen. Ja, ja, und zwar hat er da fünf von uns oder sechs gesehen. Na ja, der waren wir, ne? Na ja, sicher. Also der hat überlebt. Ja, na, schön. Ich lese Ihnen jetzt eine Stelle vor aus einem Brief vom Schandor Künstler, der also diesen Mordeinschlag überlebt hat, den er an den damaligen Pfarrer von Teutschützen, den Dechern Farkasch, geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Pfarrer, was die Geschichte dieses unglücklichen Tages betrifft, war ich in der 50er-Gruppe, die als erste zur Exekution hinausgebracht wurde. Wir wurden von zwei SS-Lern und zwei HJ-Lern zum Exekutionsplatz begleitet, wo ein dritter SS-Offizier auf uns gewartet hat. Ich hoffe, dass diese Schurken verhaftet werden, damit sie ihre verdiente, ehrliche Strafe erhalten. Umso gerechter, weil sie auch am Massaker teilgenommen haben und kaltblütig lachend, plaudernd auf uns geschossen haben. Noi eram embräcați toți civili. Aveam banderola galbena, am scos-o. Ne-am aruncat chipiul maghiar, nu mai aveam decât frizura noastră proprie și ne-am amestecat în civilii care se retrăgeau și ei împreună cu la dispoziția SS-ului. Știu că eu m-am speriat și am, fie că atunci când, nu știu dacă ai ajuns în situația asta, nu-ți doresc niciodată, când am ajuns la disperare, îmi venea să țip. Și aveam un camarad, unul mai bătrân decât mine, și eram și ceva neam, și se mi-a spus, măi, dacă scoți un sunet pe gură, primești două pălbi, de-ți mut capul, nu pălcile. Măi, faci ceea ce spun. Ne-am luat brozacul, aveam niște saci mici pentru pâine, în care aveam gamela, ai avut-o pe umăr, și cât am știut, cât am pornit, am pornit-o spre Ungaria. Pe celălalt drum, am ajuns în Ungaria, pe celălalt drum se retrăgeau trupe maghiare, care plecau spre Austria. Ne-a oprit comandantul, oricine sunteți? Suntem din detașament de muncă, că erau și detașamente de muncă de maghiar. Mergem la pădurea aceea că avem acolo de lucru. E s-a uitat la noi și-a dat-te-te seama, păi să te vedea din pridirea lui, dispăresc de aici. Și atunci am întrat în pădure. Ne-a iei irep, erda ha-șeichar. Onech nu reivim, onech nu țumeim, onech nu găvorim și-am de toamnă de maghiar. Ve-ă, ne iei hoșechă a zi, heiaz nu la țăit, șecet. Ei ne luat sige jărmenei without r klar și ce năje grandă Arizona nezări sorpre. Und wir versuchen uns zu stärken. Die Arrussien wird sicherlich kommen heute Morgen oder zwei Uhr. Wir waren wirklich in der Einladung, in den Schuern, in den Schuern, und nach der Schuern, und nach der Schuern, wir wollten den Schuern, denn der Schuern ist direkt vor der Schuern. Wir sehen uns, dass der Schuern schlägt. Und wir sind mit einem Schuern, mit einem Schuern, mit einem Schuern. Und wir haben, die Schuern, die Schuern, und nach dem Schuern, wir haben, und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Er ist zu sehen. Er hat sich zu sehen. Wir haben hier gesagt, dass sie die Schuern, dass wir die Schuern haben, und wir haben die Schuern, und nachdem wir die Schuern, die Schuern haben. Wir haben die Schuern, die Schuern, die Schuern, die Schuern, und hier. Und wir sind nach uns. Und jetzt, die Frage, wir haben uns zu fragen, was er weiß für dich? Und er sagt, sie wissen, dass sie gehen. was wir wünschen. Wir wünschen uns, dass sie hier die Schuern bis das Gebäude stattdessen werden. Oder auch du, die Schuern, diese Schuern, die Schuern, die Schuern, die Schuern. Wir wünschen, dass sie in der Schuern noch zurückkommen wissen können. Und er sagt, es ist eine große Herausforderung, auch für euch und auch für euch. Und er sagt, dass Yitzchak, und er war noch mehr von mir, und ich sage ihm, er sagt, es ist klar, dass er noch ein paar Tage kommen wird, und er sagt, dass er nicht für dich, wenn du zwei Gehäuser sind, mit der Sert-Hatsache, die wissen, dass sie zu sprechen. Und er hat sich auf das, was sie verabschiedet. Und er hat gesagt, dass sie mich für meine Familie verabschiedelte. Und er hat mir gesagt, dass ihr euch einen schönen Ort gefunden habt. Wir kamen zu Maria. Sie hat uns nicht weit entfernt, von einem Keklaik-Keklaik-Keklaik-Keklaik. Und sie hat dort einen Schraub. Sie hat uns auf den Gag. Und sie hat uns gefühlt. Und sie hat uns gefühlt. war am Raschen. Warum haben Sie sich den Namen des einen SS-Manns, Adolf Storms, gemerkt? Ja, die beiden anderen sind in Hartberg, ich weiß nicht, wo die hingekommen sind, die waren weg und der Storms ist bei uns geblieben, weil wir sind dann in Hartberg zum Volkssturm eingezogen worden und wir haben dann das sogenannte Panzerjagdkommando Weber gebildet und der Storms war der Anführer dieses Panzerjagdkommandos. Man hat uns gesagt, dass man führt uns noch weiter zum Arbeiten. Man hat nicht gesagt, dass nach Mauthausen in einem Konzentrationslager acht oder zehn Tage, was hat gedauert von Deutschüssen bis Mauthausen, haben wir nur einmal in Steyr etwas, aber kein Brot, nur etwas, eine sogenannte Plämpe, eine Suppe erhelfen und wir haben kein Essen. Deswegen heißt das Todesmarsch, weil die Leute, die, welche haben begleitet uns, die haben viele Menschen schon unterwegs, den Weg von Deutschüssen bis Mauthausen getötet. Wir sind gar nicht lang bei der Gruppen gewesen, da ist der Storms streblich gewesen mit drei Juden und da hat einer mir nicht weiter können. Und da hat er ganz, also ganz löschen gesagt, brauchst du mir nicht weiter, ich meine, er war ein Biefke, er kann nicht, hat der gesagt, hat er gesagt, hat ihn auf Zeidentown, hat er gesagt, es zwei bleibst da, hat er halt. Zu den Juden? Ja, der hat ihn schon nicht verstanden, richtig, aber er hat gesagt, zwei Mann und hat er auf Zeidentown geschossen. Das haben wir gesehen. Haben Sie gesehen, da waren Sie dabei. Und die zwei Jungen waren ja dabei, wie haben das gesehen? Die zwei Bundschuhbue und ich, wir waren die Letzten in der Gruppe. Die anderen waren inzwischen schon aufgeholt, haben sich verteilt im ganzen Zug und die zwei hätten schon in der Schule gebleiben mit der Schaufel und da haben wir uns bereitgestellt, ich selber habe gesagt, zu deinem Bundschuhbue, geh, wir kommen rein. Das ist ja nicht so leicht geworden. Da sind wir schon wieder so weit hingeblieben mit der Gruppe. Und mit denen war er zufrieden und hat die zwei Herren mitgegangen mit der Gruppe. Und ihr habt es dabei den verscharrt? Ja. zum Teil könnte sogar was stimmen. Zum Teil. Und was zum Teil? dass da ein Jude nicht mehr mitkam, weil ich da liegen erschossen habe. Dass da ein Jude zurückgeblieben ist und dann noch ein paar dabei waren, das stimmt schon. Und ich habe ihr aber auch zurückgelassen, denn ich musste ja weiter. Sie sind halt zurückgeblieben? Die sind zurückgeblieben. Was stimmt nicht? Dass ich den erschossen haben sollte. Das stimmt nicht. Warum sagt er das dann aus? Das weiß ich nicht. Ja, das kann ich nicht klären. Mit dem Geschießen wäre ich auch so nicht dabei gewesen. So leicht also da hat es dann bei mir immer ein bisschen im Krieg gezögert. Aber jetzt waren Sie dann eineinhalb Tage mit diesen 400 Juden zusammen auf Transport. Was haben Sie da für ein Gefühl gehabt Ihnen gegenüber? Arme Schweine oder euch erledigen wir auch noch oder weiß der Teufel was ich habe keine Ahnung. Ich kann mir aber auch vorstellen dass eine ganz andere Gefühlslage ist. Der Krieg ist verloren. Wofür habe ich jetzt vier Jahre lang meinen Kopf hingehalten und jetzt gewinnt dieses Russen und Juden Pack. das glaube ich noch nicht einmal denn die waren ja sowas so haben ja nur bei du nochmal Anordnung Befehle ausgeführt. Wer? Jeder Soldat. hat naja aber das worüber wir jetzt reden ist keine Befehlsausführung. Nein nein kein Bannführer hat einen SS-Mann befehlen können dass er Juden erschießt. Nein also warum haben die das getan verdammt nochmal ohne Befehl sagen natürlich dein Problem mit der Juden interessiert mich überhaupt nicht ich schau dass ich mich vertschüsse ja ich wüsste nicht wieso aber wir haben als Fakt dass 60 bis 80 Juden von drei SS von SS Männer erschossen worden sind obwohl es keinen Befehl gegeben hat das muss man irgendwie erklären wie soll ich das erklären wenn ich es selbst nicht weiß darum interessiert mich auch wie die Stimmung war war es einfach Frust war es Hass wenigstens diese Juden erledigen wir noch wenn wir schon verlieren kann ich mir nicht vorstellen das versuche ich zu kann man mich nicht mehr vorstellen und so verhast dann überhaupt zu der Zeit zu verhast man hat nur an Überleben gedacht und nicht an das andere an das anderes offensichtlich nicht das was sich hier in Deutsch Schützen abgespielt hat hat sich in den selben Tagen Ende März 45 in 120 Orten in Niederösterreich in Burgenland in der Steiermark und in Oberösterreich abgespielt zehntausende ungarischen Juden sind liquidiert worden auf offener Straße kann man auch fragen warum von HJ von Volksstörn von Waffen bis S alles alle haben sie gemacht warum tun die das ich glaube auf die Frage werden wir wohl nie eine Antwort kriegen können die Anklage geht davon aus dass sich der Angeschuldigte von einer der nationalsozialistischen Ideologie entsprechenden äußerst feindlichen und menschenverachtenden Gesinnung gegenüber den Opfern die er als minderwertig betrachtet haben soll leiten ließ jetzt ist Adolf Storms 64 Jahre nach diesem Massaker von der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Mordes und Beihilfe zum Mord angeklagt gewesen wie stehen Sie zu dieser Anklage sollte Adolf Storms vor Gericht gestellt werden ja auf alle Fälle also da gibt es keinen Zweifel dass Storm und die anderen beiden also wer geschossen hat weiß ich nicht wir waren ja nicht am Tatort es gibt keinen Zweifel dass die drei ungefähr 59 nach jetzigen Wissen 59 Menschen ermordet und da gibt es keinen Zweifel es macht immer Sinn gegen NS-Täter vorzugehen zumal wir nach der deutschen Strafprozessordnung Mord verjährt ja nicht mehr dazu als Staatsanwälte natürlich verpflichtet sind aber über diese Verpflichtung diese gesetzliche Verpflichtung hinaus besteht auch aus unserer Sicht eine moralische Verpflichtung hier NS-Tätern die in denen solche schrecklichen Verbrechen wie das in Deutschschützen oder ähnliche Verbrechen zur Last gelegt werden die Maske der Anonymität vom Gesicht zu reißen wie verwirrend von Herzen da war eine ganze Kräuter Gnade ich bin überzeugt dass die welche sind schuldig sollen trotzdem wenn sie sind 100 Jahre alt sollen sie zum Gericht man soll sie zum Gericht stellen und man soll sie verurteilen natürlich ich bin und ich war immer ein Humanist und ich muss Ihnen sagen dass nach dem Zweiten Krieg ich habe keinen Hass gefühlt gegen alle Deutschen gegen alle Österreicher trotzdem dass wir haben so viel gelitten und dann habe ich es erst gefunden naja ich meine der ist schon bekannt worden seit unserem Prozess hat dann niemand gesucht auch nur uns ums Frau Latarganer hat da was ich so sehe und ich gehe mich dann her und tun dann hat er Schichten der HJ Bahnführer Weber hat erst 1956 in Wien einen Prozess gehabt der ist ja nach 1945 untergetaucht dieser Prozess hat mit Freispruch geendet wie stehen Sie zu diesem Prozess und zu diesem Prozess Urteil für mich war das ein Skandal denn für mich ist der wirklich alleinschuldige fast möchte ich sagen ist freigesprochen worden also vollkommen ungerechtfertigt also das kann ich nicht verstehen nationalsozialistische Täter hatten in Österreich in der Regel wenig zu befürchten ab Beginn der 1950er Jahre fanden nur mehr sehr wenige Prozesse statt viele endeten mit skandalösen Freisprüchen oder wurden eingestellt nicht zuletzt weil Österreich jahrzehntelang am Mythos vom ersten Opfer Nazi-Deutschlands festhielt erst mit der Parlamentsrede von Bundeskanzler Wranicki im Jahr 1991 begann sich das offizielle österreichische Geschichtsbild langsam zu verändern es ist unbestritten dass Österreich im März 1938 Opfer einer militärischen Aggression mit furchtbaren Konsequenzen geworden war dennoch haben auch viele Österreicher den Anschluss begrüßt haben das nationalsozialistische Regime gestützt haben es auf vielen Ebenen der Hierarchie mitgetragen viele Österreicher waren an den Unterdrückungsmaßnahmen und Verfolgungen des Dritten Reichs beteiligt zum Teil an prominenter Stelle über eine moralische Mitverantwortung für Taten unserer Bürger können wir uns auch heute nicht hinwegsetzen in der politischen Praxis änderte das wenig 1995 wurde das Massengrab in Deutsch-Schützen entdeckt doch nahmen die österreichischen Behörden keine Ermittlungen gegen einen der mutmaßlichen Täter Adolf Storms auf Die Strafverfolgungsbehörden insbesondere die Polizei ist verpflichtet bei Bekanntwerden einer Straftat Ermittlungen einzuleiten so diese nicht verheert sind diese Voraussetzung blickt beim Gräberfund Deutsch-Schützen eindeutig vor die Fahndung nach Adolf Storms dürfte damals sowohl dem Innenministerium entgangen sein natürlich aus der Justiz die ja in der Folge im Zusammenhang mit der Auffindung des Gräberfeldes nicht mehr befasst worden ist Man hätte nach der Exhumierung und einer gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leichen vor allem den Versuch unternehmen müssen die Leichen zu identifizieren und weitere Untersuchungshandlungen wären hier vorzunehmen gewesen das ist unbestritten Warum glauben Sie wurde so eine Anzeige den nicht erstattet? Da kann ich nur mutmaßen und das möchte ich bitte nicht tun Den entsprechenden Willen vorausgesetzt wäre es für die österreichische Justiz ein leichtes gewesen zumindest einen der Täter ausfindig zu machen Wie ist es Ihnen dann gelungen noch so lange Zeit den Adolf Storms ausfindig zu machen? Das war relativ einfach Der Name Adolf Storms ist ja schon in dem Prozess gegen Sie und die anderen AJ-Führer aufgetaucht und wir haben nichts anderes gemacht als im deutschen Telefonbuch nachgesehen ob es einen Adolf Storms gibt und da hat es einen gegeben in Duisburg und den haben wir angerufen und haben ihn gefragt ob er eben bei der SS gewesen ist und er hat Ja gesagt und damit war klar er ist also dieser Adolf Storms den wir gesucht haben jetzt sind Sie und die übrigen AJ-Führer 1946 verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord Sie sind zwei Jahre im Gefängnis gesessen wie sehen Sie diesen Prozess von damals gegen Sie und Ihre Kameraden Im ersten Moment naja ist ein bisschen schockierend aber dann ist es doch so gewesen dass ich gefunden habe es war ein äußerst fairer Prozess und ich glaube das Urteil war auch gerechtfertigt und zu diesem Zeitpunkt war auch kein anderes zu erwarten Im Gericht ist bei uns erzählisch gestanden sagst du nein gehst du heim sagst du ja bleibst du da Wir haben zu allen Ja gesagt wir haben uns gedacht wir haben nicht was getan wir haben alles erzählt wie es war wir haben alles da bleiben Wenn Ihr vorgesetzter AJ-Bahn-Führer Weber Ihnen also den AJ-Führern den Befehl gegeben hätte die Juden zu erschießen haben Sie da eine Vorstellung wie sie gehandelt hätten Keiner kein einziger hat den Befehl verweigert und ich glaube nicht warum hätten genau wir den Befehl ich glaube nicht dass wir den Befehl verweigert hätten Wir waren so seit dem 10. Lebensjahr trainiert Befehle auszuführen und wir glauben wir hätten ich fürchte wir hätten geschossen Es besteht der Verdacht auf Mord Ja und Mord verjährt nicht ich weiß nur dass ich keinen Mord hat mehr weiß ich nicht und das kann ich mit einem Gewissen sagen also alles andere Ich glaube dass die vier Zeugen die wir hatten neben den sonstigen Unterlagen nämlich auch die Aussagen der verstorbenen Zeugen die Unterlagen aus den österreichischen Strafprozessen waren wir in einer relativ guten Situation was das angeht sodass sicherlich wichtig gewesen wäre wenn wir ein Geständnis von ihm bekommen hätten aber es wahrscheinlich im Ergebnis nicht darauf angekommen wäre Ja guten Tag Herr Storms Manuschek Guten Tag Herr Storms Ja Sie haben gesagt Sie könnten sich vorstellen dass das stimmt was ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe Wenn das geflücht bin ich ein Mörder Wenn das stimmt sind Sie ein Mörder Ja Also haben geht und haben das das ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.